Weiter geht's mit unserem Oster Road Trip von Leipzig nach Spa-Francorchamps. Im letzten Teil waren wir beim International Collector's Day vom Porsche Zentrum Gelderland und nun, tags drauf, sind wir bei Porsche Niederlanden zu Gast in Leusten. Nach Leipzig und Gelderland ist heute das eigentliche Highlight, denn wir sind bei PON Automotive, dem Importeur von Volkswagen hier in den Niederlanden und der wirklich eine ganz besondere Porsche-Geschichte hat. Ben Porn Junior, das ist ein Name, der hat Gewicht, da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein. Er war der Erste, der überhaupt einen Porsche importiert hat, außerhalb von Deutschland. Also die allerersten internationalen Verkäufer haben hier stattgefunden, 1949. Das Auto steht unten in der Garage, das Replika, und wir gucken uns auch die Special Edition davon an. Ben Porn Junior hat dazu dann auch noch den Bulli entwickelt, das war seine Idee. Kann man sich gar nicht vorstellen, der legendäre VW Bulli ist eigentlich ein Niederländer. Richtig cool, also eine Riesenehre hier sein zu dürfen. Und als Abschluss dürfen wir auch noch 9,64 Polizeitage erfahren. Also wirklich unglaublich, was hier heute wirklich gemacht wurde. Das Areal von PON Automotive umfasst somit alle Wagen von Volkswagen und so findet man hier direkt neben Porsche Lamborghini. Durch die Verbundenheit mit dem Bulli hat der neue ID-Bus natürlich hier eine besondere Bedeutung. Und da geht's in die heiligen Hallen von PONS. Ins Archiv, wo der legendäre, erst importierte Porsche als Replika steht. Ein 356 in Fisch-Silber-Grau-Meteiligung. Eine Farbe, die wir im Laufe des Videos noch einmal wiedersehen werden. Das eigentliche Ziel ist aber, bei dieser originale 9.11 Carrera R-Stückung 7 in Culf Orange. Denn... Das Auto gehörte Bandpoint Junior, ist damit auch Rennen gefahren. Aber der Grund, warum ich hier bin, sind diese Schuhe. Ich habe sie an. Der Hans, der da hinten steht, hat sie jetzt gerade nicht mehr an, weil das sind seine. Denn dieses Auto ist jetzt viel Inspiration für Porsche Niederlande. Natürlich mit dem orangenen Farbton. Und orange natürlich die Farbe der Niederlande. Roranje ist klar. Das heißt, das passt alles. Und diese Schuhe gab es letztes Jahr zu kaufen. Auf 500 Stück limitiert. Und sogar in der Sohle ist hier auch nochmal das Auto abgebildet. Das genau dieses Autos. Die gab es nur in den Niederlanden. Ich habe sie trotzdem bekommen. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Das ist halt einfach cool, wenn man einfach mal so sieht, was diese Passion der Autos bezweckt. Was am Ende mal rauskommt. Und wir am Ende tragen verrückte Porsche-Liebhaber orangene Schuhe her. Kann man machen. Ist halt echt schon funny. Jetzt gehen wir gleich weiter. Ben Porn Junior ist leider verstorben. Zwei Tage vor dem 70-jährigen Jubiläum von Porsche in den Niederlanden. Und da sollte es eigentlich ein ganz besonderes Auto geben. Das Auto gibt es jetzt auch. Das wurde nach ihm genannt. Die Ben Porn Junior Edition. Passend zum 356 hat Porn Automotive 2019 bei der Exclusive Anufaktur in Zoffenhausen 20 mal diese 911 Carrera 4S in Fischsilbergrau in Auftrag gegeben. Porsche Exclusive kann man direkt auffallen, dass das Interieur komplett beledert ist und Madrascaro-Muster die Sitze ziert. Individuelle und beleuchtete Zierleisten zeigen das 70-jährige Jubiläum sowie die Silhouette der beiden Fahrzeuge. Grund, warum ich aber hier bin, ist das passende Modellauto, welches es nun im Maßstab 1 zu 43 gibt und lediglich auf 1.000 Stück limitiert ist. Ebenfalls als Modellnaut für ewig ist die Reis von Lennep Indizion. Ein Einzelstück auf Basis eines 9F Carrera S mit Aeropaket. Der offiziell beste niederländische Rennfahrer des 20. Jahrhunderts wurde Ende 2020 mit diesem Fahrzeug von Porsche in Niederlanden geerbt. Besonders an diesem Fahrzeug ist der Fingerabdruck von Reis von Lennep auf der Fronthaube, eine Option der Porsche Exclusive Manufaktur, die Anfang des selben Jahres präsentiert wurde und in einem neuen Verfahren direkt auf die Haube gedruckt wird. Allgemein ist das Fahrzeug sehr sportlich gehalten. Lava Orange außen mit Carbondach und Carbonspiegel, Lava Orange Nelette und Carbonelemente im Innenraum. Ihr könnt ja mal kommentieren, welcher der beiden euch besser gefällt und liken sowie abonnieren dürft ihr natürlich nicht vergessen, wenn euch dieses Video gefällt. Und das nächste Porsche Niederlande Sondermodell wartet schon. 991.1 Targa 4S in Individualfarbe, Gulf Blau, war damals so 2015, 2016 eine Special Edition für Holland. Das Auto gibt es nur hier, gab es nur hier, 15 Stück wurden gebaut. Neben der Individualfarbe, Gulf Blau, voll Exclusive Manufaktur. Innen alles beledert mit silbernen Ziernähten und das beste Pepita-Stoffe im Innenraum. Absolut genial. Dazu natürlich noch einen Sauger Sechszylinder, der auch einfach unglaublich gut klingt. 991.1 halt. Aber der Grund, warum wir eigentlich hier sind, sind die Modellautos. Es gab tatsächlich das in 1 zu 18 und zu 1,43. Jetzt haben wir alle drei zusammen, die shooten wir jetzt. Bis zum nächsten Mal. So Leute, das Highlight zum Schluss. Mein erstes Mal 9,64. Ein Polizeiauto in den Niederlanden. So muss das sein, herrlich. So, wir machen jetzt einfach nur eine kleine Runde. Ich wollte unbedingt dieses Auto fahren. Und der Hans hat das hier möglich gemacht von Bonz, was einfach unglaublich ist. Fahr mal in Deutschland ein Polizeiauto, hast du keine Chance. Und das Ding ist ja irre. Das hat 315.000 Kilometer runter und fährt sich als wenn es neu ist. Das ist echt stark. Was ein Auto. Ein holländisches Polizeiauto ist ein ganz besonderes Auto. In Deutschland hatten wir auch Polizeiautos von Porsche, in anderen Ländern der Welt auch. Doch für die Holländer war das ganz besonders wichtig. Und es muss noch unbedingt Targa sein. Denn als einzige Polizei auf der Welt war es für die Holländer essentiell, dass sie in der Lage sein mussten, im Auto aufzustehen, um den Verkehr zu regeln. Dieses Kriterium war so wichtig, dass nur das Porsche 356 als Cabriolet in Frage kam. Das dezente Erscheinungsbild wurde darüber hinaus auch als Vorteil betrachtet. Und so begann man bereits mit dem 356 für Recht und Ordnung zu sorgen. Weil auch in den Niederlanden galt bis in die frühen 60er Jahre kein Tempolimit auf Autobahnen. Wieder erfolgten dann Porsche 911, 914 und 924 in verschiedenen Bauweisen wie dieser 964 Targa, welcher bis 1996 in der Reichspolize diente. Insgesamt schaffte es die Reichspolize, den niederländischen Staat und Steuerzahler davon zu überzeugen, 507 Porsches zu beschaffen und aufwendig umzubauen. So kam es zustande, dass die Reichspolize der größte Porsche-Flockenbesitzer war, abgesehen von Porsche selbst. Doch das Porsche-Fahren bei der niederländischen Autobahnpolizei war natürlich nicht nur Spaß, sondern auch anstrengend. Neben dem ganzen Tag unbequemen Sportwagen fahren durfte das Verdeck erst bei weniger als 2 Grad Außentemperatur geschlossen werden. Und die stets zu tragen mit weiß-orangener Polizeikleidung inklusive hellen Taten bestimmt ihr Übriges. Eine Anekdote lautet dennoch, dass die Nichtbetrachtung der Vorschrift eine drakonische Strafe in Form von Kuchenmitbring folgen musste. Außerdem waren diese Männer die wohl gesündesten Polizisten von allem, denn es gab kaum Krankheitsfälle. Und ich kann gut verstehen, warum. Den ganzen Tag Porsche fahren und immer das Gesetz auf seiner Seite haben, wer würde sich da krank melden? Doch wer dachte, dass man als junger Polizist einfach so Porsche fahren durfte? Weit gefehlt. Anwärter mussten über eine sehr gute körperliche Verfassung verfügen und mindestens 25 Jahre alt sein. Das war aber noch nicht alles. Sie mussten zudem verheiratet sein und sollten vorzugsweise auch Kinder haben, da dies eine verantwortungsbewusste Fahrweise fördern und eine unnötige Risikobereitschaft ausschließen sollte. Ja Leute, was eine Ehre, hier dieses Auto fahren zu dürfen. Das war Part 3 von unserem Trip. Ganz, ganz lieben Dank an das gesamte Team von Pons Automotive. Ganz speziell natürlich Hans, dass er das hier ermöglicht hat, die Modelle zu schuben mit den Autos, die Geschichte von Pons ein bisschen näher zu bringen und natürlich am Ende hier zum Abschluss Polizeitager 964 zu fahren. Irre. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Daumen oben da, lasst ein Abo da. Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Salam Allah. Ciao. 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 Ciao.